Um alles etwas zu vereinfachen und zu vereinheitlichen, haben wir vor ein neues Bewertungssystem einzuführen. Dieses würde dann ab dem Viertelfinale in Kraft treten. Funktionieren würde das Ganze auf einer 10-Punkte-Basis, bei der bis zu 6 Punkte von uns und 4 von euch kommen würden. Jedes Jury-Mitglied hätte einen Punkt zu vergeben. Die 4 User-Vote-Punkte werden nach einem prozentualen System verteilt. Immer wenn ein Photoner 23% erreicht, kriegt er eine Stimme. Also 23% oder mehr eine Stimme, 46% oder mehr zwei Stimmen, 69% oder mehr drei Stimmen und bei 92% oder mehr alle Stimmen. Als Beispiel, sagen wir es wurden 42 Stimmen abgegeben, 12 für Teilnehmer Y und 30 für Teilnehmer X. Damit hätte X ca. 71% der Stimmen und bekommt nach unserem System drei Stimmen. Teilnehmer Y hätte 29% und bekommt somit eine Stimme. Sollte es zu einem Gleichstand kommen, werden die User-Stimmen nicht mehr prozentual, sondern absolut gerechnet. Als Beispiel, nehmen wir mal an, Teilnehmer A und Teilnehmer B schaffen einen Gleichstand. Teilnehmer A hat 13 User-Stimmen bekommen und Teilnehmer B 12. Dann geht der Sieg an Teilnehmer A, einfach weil er mehr Stimmen bekommen hat. Wir hoffen, dass das neue System bei euch Anklang findet. Sollten noch Unklarheiten oder Fragen bestehen, können wir diese gerne in den Kommentaren klären. Nebenbei noch eine kurze Erinnerung an alle Teilnehmer. Am 26.07. um 20 Uhr muss bei uns der Link von fileupload.net eingehen. Schickt ihn uns per PN oder über Skype an Astena oder LHerni. Die Daten findet ihr in der Beschreibung.